da müsste es ja eigentlich ja ich guck mal was die batterien brauchen sie brauchen eine eisenplatte das kennen wir irgendwo her sie brauchen kupferplatte das ist neu wir brauchen schwefelsäure oder schwefeligesäure ich weiß nicht genau wie man das von englisch ins deutsch übersetzt sind jedoch präsent unterschiedliche sachen gut ist jetzt die mal so hin die schnappt sich auch eisenplatten schnappt sich allerdings auch eine eisenkiste die holzkiste nicht ganz schnappt sie allerdings auch kupfer und stellt dann schwefelsäure her schwefelsäure du musst gedreht werden tut mir leid so batterien befüllt okay ein untergrundrohr da lang dahin darum wenn ich in chimie besser aufgepasst hätte könnte ich jetzt anhand der farbe sagen welches von beiden es ist aber habe ich nicht wirklich du da und da so und das ding produziert das batterien batterien sind sehr wichtig sehr sehr wichtig deswegen machen wir hier gleich untenrum mal dinge da lang die bringen sie hier raus aus dem system ich weiß noch nicht wohin notfalls erstmal eine kiste aber das ding soll durchgehend laufen da 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 batterien damit können wir jetzt wieder herstellen also unter anderem und für die advanced dinge brauchen wir plastik plastik ist wieder was anderes hatte ich erwähnt dass die ölprodukte ein wenig komplizierter sind wir haben jetzt eine einzig refinery die übrigens stockt weil wir nicht genug abnehmer hier haben mach mal den weiter nach da nach da macht dann da ein fast dingens das ist keine wurden schist so bist du lager ist jetzt fest brennstoffzellen ein und weißt du was dein kumpel macht das gleiche andersrum so okay also damit die durchgehend feste brennstoffzellen produzieren damit die fabrik nach produziert damit die wichtigen sachen hergestellt werden nämlich schwefelsäure und batterien und batterien staunen sich hier auch schon das ist gut aber auch nicht gut gegner haben ein bisschen nichts gemacht ist okay da 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 bauen weg das muster geht nicht auf vielleicht stelle ich auch komplett auf solarzellen um allein wegen diesem musterbruch hier oder ich baue die dinger gleich um ich glaube das macht am meisten sinn fall drum ja der eine arme wird hinterher kommen ist okay brauchen wir die kiste gar nicht also batterien wir hergestellt plastik sollte als nächstes hergestellt werden dafür brauchen wir noch eine chemik geplant und für stell dich mal ganz kurz um du stellst mal kurz kein schwefel her sondern für plastik plastik brauchst du kohle und ebenfalls petrolium gas das ist jetzt nicht so gut weil also es werden drei teile hergestellt schwer leicht und gas schwer wird verbraucht komplett leicht wird verbraucht komplett gas wird verbraucht komplett für schwefel wenn ich jetzt hier noch eine abzwackung mache wo ich gar nicht wüsste wo die wir aber brauchen haben wir nur die hälfte für schwefel und die hälfte für das plastik eine möglichkeit die ich sehe ist das hier wegzunehmen oder das hier unten irgendwo hinzusetzen ja ich glaube hier unten ist am besten ich teste du stellst bitte plastik her dafür brauchst du kohle die kann ich mir von unten an liefern lassen und da 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 hätte ich gerne von hier nach da darum so er fängt an zu arbeiten kriegst du auch was ab kriegst du auch was ab das da hat er über er wird verbraucht du arbeitest nicht weil weil keine schwefel abgenommen wird schwefel abnehmen du brauchst auch einen kistentyp das war möglichst langsam kistentyp damit du nicht dem armen da was klaust ne du bist hinter dem armen also wenn die schwefelsäuleproduktion schwefel braucht kriegt sie die schwefel die rohschwefel das rohschwefel vor dem arm der das einlagert gut also hier kommt zu keinem stau erstmal wir haben keine kufferplatten mehr für batterien kufferplatten hole ich gleich ab so warum kommt kein petroniumgas hier an au fehler meinerseits ich habe versucht direkt von der fabrik abzuzwacken und nicht von dem externen rohr so müsste das klappen also wenn jetzt aus der fabrik hier was rauskommt geht die hälfte nach oben wobei die hier gerade leer sind die andere hälfte nach da wo hapert es denn Junge du hast viel zu viel leicht öl drin kann ich da cheaten die da zweimal befeuern hm weil irgendwann muss ahja jetzt hat er gerade doppelt hergestellt also alle drei sachen aber die sind beim schwefel gelandet und nicht hier ah doch da ist kurz was reingezischt ja sehr schön also du brauchst nur noch kohle dann kannst du plastik für uns herstellen also machen wir hier schon mal so ein ding mache ich hier wieder eine kiste machen da wieder ein greifarm für später und sorgen dafür dass du durchgehend kohle hast ja ich mache hier mal noch ein splitter und dann mache ich hier eine sehr unschöne lösung die aber fürs erste reichen soll einfach eine ganz lange leitung ganz lange leitung nach hier ja haut hin und dann nimmst du bitte von da kohle und das wird sich hier sehr schnell stauen weil das ding nicht so oft raus nimmt und die werden trotzdem durchgehend kohle bekommen also ist alles gut so was fehlt noch nix kohle ah es fehlt noch ein greifer an und tatatata erstes plastik es wird es wird also wir haben jetzt batterien und wir haben jetzt plastik damit können wir definitiv die advanced circles herstellen ich stelle mal einen her und gleich vier man sieht schon die dauernde ganze ecke dafür bräuchten wir jetzt auch wieder so einen kreislauf hier und ich habe die kreislaufe schon ganz schön vernachlässigt in den letzten ein zwei folgen aber das mit dem öl war sehr wichtig ich hoffe es war für euch nicht zu ja ich weiß nicht ich weiß halt wie es funktioniert jedenfalls die grundlagen hier also falls ich es nicht gut genug erklärt haben sollte einfach noch meinen kommentaren nachhaken dann gehe ich genauer auf die unterdinger ein aber der wichtigste knackpunkt sind eigentlich dass diese drei stoffe die hier beim refinern von dem rohöl entstehen gleichermaßen abtransportiert werden also alle drei stoffe müssen verarbeitet werden auch wenn ich eigentlich nur einen stoff haben will dafür gibt es allerdings eine sehr schöne forschung und zwar gibt es eine forschung die schaltet hier ein neues rezept frei momentan haben wir nur einfache ölverarbeitung es gibt aber noch eine verbesserte ölverarbeitung da fallen denn nicht so viele nebenstoffe ab also nicht so viel schweröl und leichtöl sondern wesentlich mehr von dem gas und das gas ist ja das was man eigentlich haben will die brennstoffzellen brauchen wir gar nicht nicht mal ansatzweise so viele also ja das sollten wir auch mit als nächstes erforschen so was fehlt beim plastik ja das gas gut also die riesigen massen an batterien und plastik können wir erstmal noch nicht rechnen aber es läppert sich es kommt langsam alles zusammen das heißt ja sehr schön wir müssen unbedingt gleich ganz viele eisenplatten abholen wahrscheinlich wird gar kein eisen mehr da sein weil wir vergessen haben kohle nachzufüttern naja doch kommt noch aber kupfer kommt nicht eisenplatten einmal inventar voll bitte und stahlproduktion einmal ganz viel reinschmeißen ganz viel stahl rausholen so wir können nämlich hier die electric furnace jetzt bauen das sind die dinge auf die ich sehr lange gewartet habe die sorgen nämlich dafür dass wir keine kohle mehr brauchen also jedenfalls nicht mehr bei den schmelzüfen unten heißt ich werde sie gleich hier oben hinsetzen damit ich die dinge nicht von hand nachfüllen muss das heißt wir nehmen jetzt dich einfach weg flop und setzen dichter hin bis dezent größer läuft es dafür aber auch wesentlich schneller und sie haben hier unten so schöne Upgrade Slots für Module Module könnten wir auch schon erforschen die haben drei mögliche Effekte einmal schneller einmal energiesparender und einmal produktiver Produktiver heißt dass mit jedem hergestellten Gegenstand unten so eine Leiste sich langsam füllt und wenn die Leiste voll wird wird ein gratis Produkt hergestellt und teilweise haben die Fabriken und so auch drei Slots und von diesen Modulen gibt es auch mehrere Techstufen man kann entweder verschiedene Module reintun oder die gleichen Module also zum Beispiel zwei Geschwindigkeitsmodule wobei dann gibt es eine sogenannte Stacking Penalty also einen Stapel Malus ich glaube ja das wird sich echt doof outen auf Deutsch aber ja wenn man dann halt zweimal Speed nimmt und sagen wir mal dass es 20% und 20% hat und am Ende nicht 40% sondern hat man nur 35% oder so und ich sehe da rote Punkte die keine roten Punkte sind soll immer noch pink ja alles gut alles gut der Feind ist nicht da ist alles gut du kommst mit warum werden gerade keine Batterien gebaut weil wir keine Kupferplatten haben ok also als nächstes Kupferplatten Stahlträger warum warum oh wer braucht Kupferdraht Kupferdraht braucht die Chipproduktion hier oben die braucht Eisenplatten und Kupferdraht äh 200 Kupfer 200 Rad 200 Rad 200 Kupfer 200 Rad 200 Rad 200 Rad so mehr Bogenschmelzöfen rote Forschungsdinger sind da grüne Forschungsdinger. Ne, jetzt erstmal nicht. Jetzt sind andere Dinge wichtig. Jetzt brauchen wir hier mehr Kupferplatten, damit wir oben unsere Batterien herstellen können. Und zwar hier. Durch. Alle rein bis auf 100. So, Batterien werden hergestellt. Die sind leer. Plastik wird hergestellt. Mach davon mal ein paar. Stahl wird hergestellt. Aber halt noch ziemlich langsam. Das werden wir nach und nach alles ersetzen. Zack. Ein Haken an den Dinger allerdings. Gucken wir ganz kurz hier. Stromverbraucher. Momentan am höchsten sind die Chemiewerke. Wow. Oh. Wir brauchen immer nicht mehr Dimensions. Wir haben immer sehr Chemiewerke. Wir brauchen ziemlich viel. und die Assembling Machines. Aber die zwei Electric Furnace, die wir haben, die holen schon auf. Die sind kurz davor, die 26 Fabriken herzustellen. Zu überholen, was Stromverbraucher angeht. Und wir werden nachher mehr als nur zwei von den Dingern haben. Also, ja. Und ich sehe schon, ich brauche hier einen schnelleren Arm. Das geht so nicht auf. Die eine Fabrik frisst hier alles auf. Und ich hätte hier einfach überladen können. Aber ja, so. Du, du, du. Was fehlt für euch? Eisenplatten. Ja, okay. Klauen wir uns mal 200 hier. Du. Raus. Stahlplatten. Sind wir an der Quelle. Und du, du nimmst bitte auch raus. So, du legst schon ganz schnell rauf und trotzdem kommen die Sachen nicht mal hier an. Wir brauchen eventuell noch eine zweite Kiste. Ja gut, zweite Kiste. Zweiter Fast Insurter. 500er raus. 500er rein. So, jetzt müssten die durchgehen am Rödeln sein. Du raus, du rein. Schön, 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 schön. Läuft schon mal besser. Und hier kann auch kein wirklicher Stau auftreten, weil es werden nur Eisenplatten auf die innere Fläche gelegt und Stahlträger nur auf die äußere. Also, dass es keine Zeitprodukte sind, kann es auch keinen Stau geben. Sehr gut, soweit. Das war unsere Ölgeschichte. Plastik kommt, Batterien kommt. Brennstoffdinger werden eingelagert. Da mobsen wir noch ein paar. Und dann werden wir als nächstes in den nächsten Folgen runtergehen. Hier unten die Dinger ersetzen. Dass wir nicht immer Kohle nachfüllen müssen. Wir werden Steam-Engines bauen. Noch und nöcher. Ich stelle schon mal 5 in Auftrag. Und noch ein paar Rohre hinterher. Und dafür welche. Und dafür welche. Also mehrere Steam-Engines, damit das mit dem Stromverbrauch auch einigermaßen hinhaut. Und dann sollten wir uns wieder in die Forschung anmachen. Also das hier zu ganz rot machen, das hier zu ganz grün machen. Und eventuell auch schon eins für blau. Wobei der Haken bei dem blauen war. Ne, blau geht noch. Da brauchen wir halt nur Hightech-Shit. Und wir brauchen noch eine Produktionsstätte, die Smart-Insurter herstellt. Wobei wir da gucken müssen, was recht schick wäre, weil ihr merkt schon, ich bin tierisch am Hin- und Herlaufen, was Produzieren angeht. Was schick wäre es, wenn wir die Roboter hätten. Dann könnten wir diese Heliports für die Roboter in die Mitte stellen und der genau sagen, holt bitte, sobald in der Kiste so und so viel drin ist, das ab und bringt es zu der Kiste. Und so kann man sehr schön feintunen, wann, wo, von wie viel hergestellt wird. Und genau deswegen habe ich die Fabrik jetzt ja auch endgültig aufgebaut. Ich hätte es machen können wie vorher, dass die alle untereinander verbunden sind, aber das ist sehr wuselig und braucht sehr, sehr viel feine Abstimmung. So brauchte ich jetzt immer nur feine Abstimmung für diese Unterbereiche. Das allein war schon ein bisschen kompliziert, aber dank dem System hier haut das einigermaßen hin. Aber wenn dann später die Roboter da sind, dann wird es ultra sauber ablaufen, denke ich. Aber halt nur, weil ich schon damals in die Zukunft geguckt habe. Sonst müsste man jetzt alles abreißen und nochmal neu bauen. Das ist ein bisschen frustrierend immer. Aber ja, das steht so für die nächsten Folgen an. Also bis gleich.